So Leute, damit herzlich willkommen zum Cat-Tutorial, der zweite Teil der Serie von den Basic-Tutorials. Also bevor ihr erstmal grundlegend die Cat lernt, macht es am besten mit einem Step, anstatt mit beiden geblockten Beinen. Das geht irgendwann auf die Knie, nicht gesund. Also ihr geht mit einem Step, Sprungbein nach vorne, beide Hände auf den Kasten und dann drückt ihr euch einfach ein bisschen hoch, landet so und springt auf der anderen Seite wieder runter. Ganz einfach. Wenn ihr das dann könnt, müsst ihr beides kombinieren. Also ihr geht dann die Beine, zieht ihr dann durch die Arme durch und geht über den Kasten rüber und euren Arsch müsst ihr hochziehen, dass er über eurem Kopf ist. Ansonsten habt ihr nicht gelagert, den Sprung rüber zu kommen. So, das ist eigentlich schon die Cat, ziemlich einfach. Erst die Vorübung machen, dann die Cat machen. Ich hoffe es hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.